yo servus leute seid herzlich willkommen wir stöbern weiterhin durch das archiv und das haben wir gefunden kurdo halbmond ist am start leute nostalgie reactions ihr wisst bescheid wir sind am start das hat mir nicht ich habe gesagt leute schreibt mir in die kommentare immer von dem neuesten nostalgie video aber jemand hat auf instagram so eine kurdo fanpage erstmal schöne grüße an dich weil als kurdo mich auf instagram markiert hat und dies und das hast du auch gut gespammt ich habe es gesehen reagiere auf halbmond schöne schöne grüße an dich ballert weitere vorschläge aber in die kommentare war in den dms sollte ich bin da so ich bin inaktiv nur damit ihr bescheid wisst ok da gehen wir jetzt erstmal kurz in infobox krass warte mal 19 millionen aufrufe 18 januar 2015 das ist jetzt fast sie also jetzt fast sieben jahre her ich muss euch dazu noch eine story erzählen von früher aber lasst uns erst mal rein das intro nostalgie dieses intro ich weiß nicht ich weiß nicht wieso kurdo dieses intro nicht mehr hat wisst ihr ob da irgendwas vorgefallen ist mit almas ist er nicht mehr ist das label nicht mehr almas krank ich bin ganz laut ja kasado ich bin gerade allein ich kann nicht schlafen sie schreibt mir vermisst sich heiraten warum sie perfekt ist weil wenn sie ich habe den song jahre nicht mehr gehört aber der text sitzt einfach immer noch ich krieg grad krassiger schau kasado damals am start und für mich ist er einfach die spitze was die videos und alles angeht hammerhart krank macht sie den beat los und rap mit sie sagt baby heute ist partner look mx classic t-shirt mama afrika kamerun meine prinzessin sie sagt wenn jemand flirte zeigt sie mein foto auf ihrem display ich merke erst jetzt dass der producer hier amir und kostas auch er ist auch hier der sänger ne ok ok ich liebe diese nostalgie sachen das müssen wir öfters machen wie gesagt das kommt regelmäßig jetzt wenn sie frauen in mein video sieht guckt sie mich schief an sie sagt mach nicht so wer ist latifah sie wird zur diva ihr blick aggressiver aufgeben niemals sie grad zu fifa ich nehm fc bayern sie hat sie mir mal ne lustige story und zwar ähm der song von shirin david du liebst mich nicht mit adok kojo erschien irgendwie zu derselben zeit und wir haben alle so vieles so im klassenraum ähm das war so das war nicht nur meine klasse sondern wir waren so eine gemixt da waren sehr viele auf jeden fall auch von anderen klassen und haben wir alle so halbmond gerappt und da kam so ein junge und er hat so von shirin david diesen song gerappt und wir hatten einfach so einen gesungen werden so einen lachanfall kurdos wirklich elfter stock sound zeiten es gibt keinen rapper jeder rapper hat immer seine prime phase ne dieses heftige diesen hype einfach und am geilsten fand ich einfach die die von kurdo dieser hype von damals und er hat es immer noch er hat heute immer noch einen halb respekt klar nach obwohl er so lange weg war aber digga das hat man damals so genossen diese elfter stock sound zeiten das war habe ich bei keinem anderen rapper so krass genossen wie bei ihm seinen krassen halb ich auch das video wenn ich das gerade so sehen da kommen wieder so viele erinnerungen was ich einfach so so liebe bei alten songs wenn ich die mir anhöre dann versetze ich mich in die zeit von damals und dann kommen so erinnerungen einfach hoch ist das bei euch auch so also versteht ihr gerade was ich überhaupt meine so am ende keiner versteht mich aber wenn du die songs von damals hörst dann versetzt du dich in die zeit von damals und die frau die mir die angst verdreif ich liebe ihren ich liebe ihre blicke sie lächelt kurz zwinkern weiß ich auf die lippe braun gebrannt ihre elekante art digga wie er auch rappt also so ein hit so ein hit junge 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 und das ist so krass dass man dann einfach noch lines im kopf behält dass man einfach noch lines im kopf behält geil ich habe gerade so spaß an reactions vor allem halt wenn wir die alten sachen abchecken habe ich habe ich so eine motivation und so so bock mir das zu hören manchmal denke ich komme jetzt streamst du mal so deutschrap alte songs ne aber dann denke ich mir nee ist doch viel cooler wenn du erst mal reagierst so weil dann ja ist dieses feeling da die eleganse art jeder jacke schwarz wellen in den haaren es ist halt nur sie braucht deine schicht auf dem wald wohnen sie sagt baby es macht wald wohnen sehr 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 krass der song hat alte immer noch für mich ohrwurm potenzial das ist so ein ohrwurm gewesen von kurdo ne hammerhart geil ich weiß noch so ein mädel kam und sagte dann zu dem jungen der dann von shirin david auf joke halt den text gerappt hat jeder junge jeder junge rappt gerade halbmund von kurdo wie kannst du von shirin david du liebst mich nicht rappen und dann keine ahnung wieso man war dann das war vor sieben jahren man war einfach man war jung ich bin heute nicht alt aber man war halt ja noch sehr sehr jung und man hat ich hatte hat mir so ein lachfleisch geschoben und sie braucht deine schicht auf dem balkon sie sagt baby es macht wald wohnen bald kommt ein album inshallah alter damals also ok wird noch so was also so was kommt also drei minuten 40 so das ist einfach heutzutage bist du glücklich wenn ein song so lang ist weil jeder song so zwei minuten 30 geht und du zwei künstler noch drauf was wegen diesem spotify algorithmus damit das mehr streams hat je kürzer der song desto mehr streams so so traurig ne leute alter wert so gefühlt wie ich auch geil das video hat mir grad das hat mir so gefallen ich habe einfach bock auf mehr schreibt mir in die kommentare ich werde den kommentar dann grüßen erwähnen ihr wisst bescheid macht macht's gut passt auf euch auf haut rein was ist los als würde ich so gerade in im jahr 2015 grad stecken ich bin stecken geblieben in dem jahr passt auf euch auf und schau